hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge LS19 auf der hot online farm so wir machen hier weiter mit den resten sammeln wo ich letzte folge stehen geblieben war hier haben wir drei krümel 50 und dann hat man auch noch was im schatten da war der einsatz oh soll du absenken das ding dann klappt das auch mit wein sammeln ich bin aber hält wie am buch steht ich wundere mich herum ich bin da gerade rübergefahren müssen das zelt nicht weg wenn ich den pickup nicht gesenkt habe kann ich mich wundern da kann ich 20 millionen macht rüberfahren das ist das krass nicht weg du 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 Was müsste das jetzt alles gewesen sein eigentlich? Sieht gut aus, so ein neuen Kursladen. Und zwar die sind da, und zwar Kinder. Vorher ist wieder der ersten Wegpunkt. Und, let's, ah, let's go. Oh. So, jetzt muss ich bloß mal rausziehen. Und den nichts, den ich brauche. Und zwar. Was ist das denn? Ne, in die Kaufsilo und in die Gille. Das macht jetzt los. Weltwunders Hammer. Und zwar, wo haben wir es? Wir müssen jetzt blöde Gareste holen. Und du kriegst ja Gareste. Ich hoffe, das passt alles so. Ich hoffe, dass ich noch ein Stück Kursgeareste holen. Ich gucke gleich mal. Jupp, ist er. So, jetzt frage ich den da. Ja. Äh, ja. So, jetzt frage ich den da. Ja. So, jetzt frage ich den da. So, jetzt frage ich den da. Abfahrer einstellen. So. 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 Soll der eigentlich machen jetzt. So. So. So, schneller ein Kurs ist nicht ganz so gut manchmal. So. 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 Es ist wahrscheinlich nicht auf der Autobahn schon zu sein, das ist gut. Ich brauche noch neun, ich dachte jetzt noch achte. Zoodle. Okay. Okay, gibgummi. Ihre brauche ich noch. Okay. 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 So, wir sind er vollen. So, da muss Luziannefeld noch helfen. Der fährt Hohling, gut so. Da hab ich noch glatt gehört. So, da. 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 So, mal gucken, ob das noch länger reinpasst da. So, da. Oh, das sieht gut aus. Einer bleibt jetzt da liegen. Wo auch immer. Was machen wir da haben? Okay das Ding ist 100% 148% Rohstoff ist gefüllt Das ist cool Wenn die nur umgelagert sind dann war es das Was ist das Blocking? Wo bin ich das? Ist das wieder eine weit genug vor? Oder was? Bedienen wollten Was ist das denn? Ja Warum machst denn du das jetzt wieder nie? Jetzt auch Punkt 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 Vielen Dank. Jetzt muss ich mir leider meine Eltern informieren. Hier war er. Glück war es dabei. Ach, krass. Halt. 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 So. So, da sind wir am folgenden Langekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.